Eyo, was geht? Ich bin Steffen, aka Kojak, und das ist mein Künstlername, und dieses Video handelt quasi von paranoider Schizophrenie, und ich bin selbst quasi, hab diese Diagnose, und wenn euch das Thema generell interessiert oder sogar persönlich betrifft, dann bleibt auf jeden Fall dabei und hört euch mal an, was ich so dazu zu sagen habe, auch als Betroffener. Ja, jetzt bin ich plötzlich angespannt. Ja? Jetzt geht's ernst. Ja, jetzt wird's ernst. Hallo und herzlich willkommen heute hier auf dem YouTube-Kanal von Kojak. Ich bin hier heute zu Besuch, um mit Kojak ein kleines Interview über das Thema Schizophrenie zu führen. Genau, ich würde sagen, wir fangen einfach erstmal ganz locker flockig an. Du erzählst erstmal mit deinem Wissen, was das überhaupt ist und worum es geht, ohne auf dich einzugehen. Einfach mal allgemein, was Schizophrenie ist, überhaupt. Paranoide Schizophrenie ist eine, ja, eine Mental Disease, eine geistige Behinderung oder Krankheit. Auf jeden Fall, also sag ich mal, es gibt zwei Phasen. Die eine ist, in der man aktiv krank ist, da hat man quasi Positivsymptome. Das sind dann zum Beispiel Wahn, Verfolgungswahn, dass man Realitätsverlust hat, seine Persönlichkeit sich komplett verändert, dass man niemandem mehr vertraut, dass man komplett, ja, komplett ein anderer Mensch ist und einfach auch die Realität ganz anders wahrnimmt, als sie noch vielleicht vor einer Woche gewesen ist und sich viele Dinge einbildet, die gar nicht so sind, wie sie sind. Das heißt, ich weiß nicht, ob ihr schon mal jemandem Psychos ist, quasi eine Vorstufe davon. Das ist quasi, wenn es zeitlich begrenzt ist, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, ihr wärt in der U-Bahn und würdet plötzlich denken, oh, da ist eine Kofferbombe und würdet voll Panik kriegen und rausrennen. Und irgendwie eine Viertelstunde später begreift ihr so, ja, okay, aber da war ja gar nichts so. Das geht schon so in die Richtung, aber jetzt stellt euch bei einer Schizophrenie vor, es hört einfach, also ohne Medikamente würde das nicht aufhören. Also quasi, man würde einfach immer weiter sich da reinsteigern und immer wieder denken, das stimmt und das stimmt und Leute würden dir einmal erzählen, es ist nicht so, aber man würde es halt trotzdem glauben, dass diese Dinge so sind, wie man sie sich vorstellt, sage ich mal. Ja, und du hast das ja schon länger, seit wann hast du das und seit wann weißt du überhaupt, dass du das hast? Also ich glaube, seit ich 21 bin, nee, oder? Doch, ja, das sind dann sieben Jahre. Quasi, das ist, da war ich im Urlaub. Also hat man das bei dir seit Zeiten auch festgestellt, als du es hattest? Genau, also das ist auch, das merkt man natürlich, also das ist einfach nicht zu übersehen und nicht, das ist auch eine gefährliche Krankheit, sage ich mal, und da muss halt auch reagiert werden einfach, dementsprechend klar, man kann das nicht übersehen, dass jemand sich so krass verändert, das ist schon offensichtlich, ja, genau. Und dann wart ihr im Urlaub? Genau, da ist das quasi so, also ich habe mich davor schon ein bisschen komisch gefühlt, ich kann jetzt nicht genau sagen, wann es angefangen hat, aber im Urlaub hat das so angefangen. Da habe ich quasi tatsächlich mit dem Kiffen aufgehört, also das ist übrigens noch, also Drogen können das mit auslösen, sage ich mal, diese Krankheit, vor allem psychedelische Drogen und, aber auch gerade dieses quasi mit dem Kiffen aufhören, ist quasi so ein krasser Stress für den Kopf, dass das dann mehr oder minder auch der Auslöser gewesen ist für die, ja, für den Ausbruch der Krankheit, genau. Wie hat sich der Ausbruch bei dir bemerkbar gemacht? Naja, also ich erinnere mich noch, dass ich irgendwie, wir waren in so einem Quartier und wir waren viel zu viele, ich glaube, es gab zwei Betten und wir waren sechs oder sieben Leute und dann haben irgendwie einige am Strand geschlafen, andere haben irgendwie auf dem Boden da geschlafen und ich bin irgendwie aufgewacht morgens und es war keiner mehr da, die waren alle schon losgegangen und ich habe mir irgendwie gedacht, ja, ich gehe jetzt zum Strand und bin da so zwischen den Steinen und Herren, habe so geguckt und habe so kleine Krebse gesehen, so, das war so, also, da waren so, also, dass man quasi auf den Stein laufen konnte und dazwischen war Wasser quasi, und ich habe den quasi mit diesen Krebsen in Gedanken geredet, also ich habe, ich habe mit denen so kommuniziert und dachte, die antworten mir und ja, das war ziemlich merkwürdig. Auf jeden Fall, das ist so das Erste, was mir einfallen würde, was sehr merkwürdig gewesen ist. Und wie ging das dann weiter? Ähm, naja, wir waren halt noch ein paar Tage dann im Urlaub, das war ja auf Gomera und, ähm, dann sind diese, diese paranoiden Gedanken sind dann auch, also ich meine, mit Krebsen reden ist jetzt nichts Schlimmes so, da ist ja, aber dann quasi, ähm, ich erinnere mich an einmal, da waren wir auf so einem Platz, wo auch Musik gemacht wurde und wo sich immer viele Leute getroffen haben und dann war ich auf dem Weg zurück zu dem Quartier und, äh, dachte, dass mich jemand verfolgt und der, der mich tatsächlich auch, ja, umbringen will oder wie auch immer, ja, ähm, und hab richtig Panik gekriegt und, äh, bin dann zurückgegangen zu dem Platz, wo noch Freunde von mir waren, äh, hab denen das aber nicht erzählt und dann sind die, ähm, wo ich mit denen zusammen zurück bin, dachte ich, okay, dann wird das nicht passieren, so, ne, also dann, wer, wird, genau, ja, genau, ja, genau, ja, ja. Ja, und dann haben sich die Ereignisse so gehäuft oder wie ging das dann weiter? Ähm, wann kam der Punkt, bist du damit dann zum Arzt gegangen, wann kam der Punkt, wo du gesagt hast, hier stimmt was nicht, hier muss was... Also tatsächlich der Punkt ist, dass, dass man selber selten oder, naja, also vor allem, wenn man es nicht weiß oder die Krankheit gar nicht kennt, nicht weiß, dass man sie hat, dass man gar nicht begreift, dass man in diesem Moment krank ist. Das heißt, für einen selbst ist das einfach Realität. Also zu dem Zeitpunkt wusstest du noch nicht, dass das genau das ist, oder? Und, äh, deswegen auch die ganze Rückreise, wir sind halt ja zurückgeflogen und das war auch für die anderen ultra anstrengend wohl, weil, weil ich halt, äh, immer dachte, dass irgendwelche Leute mit mir in Gedanken reden würden oder von mir Sachen wollen. Ähm, und wir wären fast aus dem, ähm, wo wir dann auch wieder in Deutschland waren, fast aus dem, ähm, Bus geflogen, wo, ähm, also der uns zurück nach Hannover gebracht hat, weil ich halt irgendwie im Bus Leute angeschrien habe, so, und, äh, weil ich dachte, die machen irgendwelche, was sie nicht gemacht haben, so, ne, und, ähm, genau. Ja, das war, also, das, das war nicht schön auf jeden Fall. Also jetzt auch im Nachhinein betrachtet, weil, also da fühle ich mich selbst auch echt unwohl, wenn ich überlege, was ich so den Leuten, ja, ja, so, da für eine Atmosphäre beschert habe, sag ich mal, ne, ja. Ja, ja, und was haben deine Freunde dazu gesagt? Ähm. Wurden die sich das irgendwie erklären? Wussten die, dass du mit dem Küffen aufgehört hast? Naja, also ich sag mal, im Freundeskreis waren schon andere Leute, äh, psychotisch geworden. Das heißt, man hatte schon eine Idee, was es sein könnte. Das heißt, das war ja so eine Clique, wo viel auch konsumiert wurde und so weiter. Ja, und dann hat man einfach, ähm, ja, also dann war ich erst mal zu Hause und, äh, hab auch irgendwie gar nicht geschlafen, so. Schlafmangel ist übrigens auch ein Grund, was das Ganze noch verschlimmert oder auch auslösen kann. Und, ähm, dann hat mich ein Kumpel von mir zusammen mit meiner Mutter, die haben mir irgendwas erzählt, wo sie hinfahren mit mir. Und wir sind aber eigentlich in die Psychiatrie gefahren. Und, ja, gut, aber das ist, also, das wäre jetzt schon der, der krasseste Teil der Geschichte. Weiß ich nicht, ob ich da vorgreifen möchte, also das ist so. Also, das heißt, sie sind einfach irgendwann von heute auf morgen, haben sie gesagt, wir fahren hier und da hin und dann sind die einfach mit dir in die Psychiatrie gefahren. Genau, ja. Richtig, ja. Und ohne Vorwarnung, ohne alles. Genau, also ich wusste nicht, was mich erwartet. Ja. Und wie ging es dann weiter? Wann hast du gemerkt, dass ihr da hinfahrt? Erst als ihr vor Ort wart, oder? Ähm, nee, also schon ein bisschen früher. Ich dachte, wir fahren zu einem Freund. Ich weiß auch nicht, ob ich mir das einfach ausgedacht habe. Auf jeden Fall, wir sind halt auch in die Richtung dahin gefahren und irgendwann habe ich gemerkt, okay, wir sind aber schon längst vorbei. Und dann habe ich auch so, habe ich so gefragt, hä, wo fahren wir hin? So. Und dann habe ich keine Antwort gekriegt und das war so eine richtig komische Situation. Ähm, ja. Da habe ich noch bei der Fahrt versucht, die Tür aufzureißen irgendwie. So eine Schiebetür war das von einem Bulli. Ähm, wo mich dann mein Kumpel, der neben mir saß, so festgehalten hat und meinte, bleib jetzt ganz ruhig so. Und zum Glück habe ich ihm vertraut, weil es hätte noch viel Schlimmeres passieren können, ne? Weil, also, er hat mir halt wirklich gesagt, okay, du musst jetzt ruhig bleiben, das ist sehr wichtig. Ja, und dann habe ich das halt gemacht, so, ne? Weil ich ihm vertraut habe, ne? Und wann war das? Wie alt warst du da? 21. Auch 21? Also war das recht nah nach dem Urlaub? Das war, genau, das war vielleicht ein paar Tage später. Also das hat im Urlaub angefangen. Ja. War ich ein paar Tage so im Urlaub, vielleicht so drei, vier Tage bei uns zu Hause. Und dann sind wir, dann kam diese Fahrt quasi, genau, ja. Wie lange warst du dann dort? In der Klinik? Mhm. Zwei Monate tatsächlich. Zwei Monate. Ja, und davon sechs Wochen auf der geschlossenen, ja, genau. Und wie war das für dich, als ihr da angekommen seid? Ähm, ja, das, das war ziemlich krass, so, weil, weil, ähm, quasi der Aufnahmepsychiater, wie man das nennt, also der, der da guckt, sich die Leute anguckt, der hat halt mit uns geredet und ich mochte den gar nicht, so, ne? Also einfach vom Gefühl in meinem Kopf, so, und ich hab, ich hab gedacht, der will irgendwie meiner Mutter irgendwas antun, so, warum auch immer, so, ne? Und, ähm, ja, und dann bin ich halt, ähm, da irgendwie ein bisschen komisch durch die Gegend gelaufen und irgendwann stand ich bei meiner, also ich bin, ich bin dann zu dem Psychiater hingegangen und hab mich so vor dem aufgebaut, so mäßig, ne? Also so, also auch schon bedrohlich gut, der war den Kopf größer als ich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber, ähm, dann sind wir, bin ich mit meiner Mutter ein paar Schritte weggegangen und dann hab ich nur gesehen, er stand im Gang und dann kamen plötzlich sechs oder sieben Pfleger auf uns zu. Und, ähm, in dem Moment dachte ich irgendwie, ich müsste diesen Psychiater überwältigen, so, ne? Und vielleicht, also wer schon mal in der Psychiatrie weiß, so, Gewalt kann man in der Psychiatrie nicht anwenden, so, da kriegt man richtig, richtig Ärger, so, ähm, auf jeden Fall, ja, ich wurde dann quasi von denen überwältigt und, ähm, auch, also so richtig aufs Bett gebunden, so, arme Beine festgebunden, ähm, noch so ein, ich glaub, Schultergurt heißt das. Dass man sich nicht aufrichten kann und, ja, also krass ist, das ist eigentlich so das krasseste Erlebnis, so, was ich, ich hab jetzt viele Details ausgelassen, so, weil, also an diese Szene erinnere ich mich einfach so glasklar, das ist sieben Jahre her, aber an jeder, eigentlich, ich erinnere mich an jede Einzelheit, die damals passiert ist und das war sehr, sehr krass für mich, auf jeden Fall, ja. Und war das ganz am Anfang? Das war direkt am Anfang, quasi, wo ich aufgenommen wurde, dort, ja. Ah, okay, ja, scheiße. Ja, genau, und dann, ja, dann hatte ich natürlich auch schon direkt so, ich dachte halt, Psychiatrie ist dann auch noch der Feind, hab dann auch verweigert Medikamente zu nehmen und so und dann, deswegen ist das Ganze auch, war eine ziemlich schlimme Zeit, würde ich sagen, ja. Und deswegen vermutlich auch sechs Wochen innergeschlossene, weil du dich so geweigert hast, überall mitzumachen. Genau, genau, also vor allem geweigert Medikamente zu nehmen und, und quasi auch infolgedessen aus der Krankheit nicht rausgekommen und aus dem Wahn, sag ich mal, aus den Gedanken, ne. Wie lange hat das gedauert, hast du dann, hast du dann irgendwann freiwillig Medikamente genommen und wenn ja, wie lange hat das gedauert? Ähm, da war ein Pfleger, dem, dem hab ich vertraut und, ähm, der, der hat mich quasi angebettelt, dass ich Medikamente nehmen soll oder hat mich echt wirklich sehr nett darum gebeten und ich hab dann irgendwie gesagt, ja, okay, weil ich ihm vertraue, versuch ich das. Und das war echt krass, das war nämlich Zyprexa damals und direkt, ich hab das abends genommen und ich bin direkt am nächsten Morgen aufgewacht und hab begriffen, es ist alles anders. So, einfach, das, was ich in den letzten zwei bis zweieinhalb Monaten erlebt habe, war nicht real. So, einfach durch diese, durch diese eine Pille, so, das war halt richtig krass. Und das hatte ich jetzt bei denen, also, das ist ein sehr starkes Medikament, ich glaub, das ist nicht bei allen gleich, dass die so stark auch wirken, hat dafür aber auch stärkere Nebenwirkungen, tatsächlich. Hattest du welche? Äh, naja, vor allem hab ich sehr stark zugenommen, also sehr, sehr appetitanregend und, ähm, ich hab sehr viel geschlafen. Also ich hab, ich hab quasi in den, in den Monaten, die ich die, äh, genommen habe, hab ich, äh, mehr geschlafen, als dass ich wach war. Also wirklich sehr viel, ja. Genau. Ja, und dann, ähm, wie war das so da drin, das Leben in der Klinik, die Zeit, wo du da warst, wie lange hat das gedauert, bis du dich eingewöhnt hast und akzeptiert hast, dass du da drin bist? Also akzeptiert hab ich's gar nicht. Gar nicht. Nee, also ich war ja quasi schizophren und hab halt in allem nur, äh, Feinde gesehen und ich war eingesperrt, war ich ja auch wirklich, ne, aber, ähm, halt... Aber mit den Medikamenten wurde das auch nicht besser? Naja, doch, also das waren aber nur noch die letzten zwei Wochen. Das heißt, die haben dann wirklich echt schnell gesagt, nachdem ich, äh, die Medikamente genommen habe, der, der soll raus. So, der hat halt, ich weiß jetzt nicht, was genau der Grund war, weshalb die gesagt haben, so schnell, aber, ähm, ja, haben dann einfach gesagt, ja, nach zwei Wochen, du darfst gehen, so, ne. Ja. Also, halt, wo ich dann auch wieder klar im Kopf war, ne, aber dafür ein bisschen wie ein Zombie rumgerannt bin durch die Medikamente, ne, genau, ja. Ja, und dann bist du rausgekommen, ähm, warst du dann weiter in Behandlung und hast dann noch weiter Medikamente genommen? Ja. Und wie lange oder nimmst du heute sogar noch welche? Also, ich nehme heute auch wieder welche. Ich hatte eine Pause und zwar, ähm, war dieses Medikament sehr krass und hat mich auch sehr müde gemacht. Ich war dann in der Tagesklinik für drei oder vier Monate, ähm, war eigentlich für Suchtkrankheiten. Direkt danach? Genau, direkt im Anschluss, also, direkt im Übergang und dann habe ich die, ähm, ich, also, ich, das ging irgendwie morgens um acht los bis 16 Uhr oder so und dann war es aber wirklich so, okay, ich war, ich bin um sieben aufgestanden, war bis 16 Uhr da, bin nach Hause und hab mich dann schlafen gelegt. Ja. Und das kannst du dir jetzt vorstellen, über vier Monate, einfach acht Stunden in dieser Klinik und ansonsten kein Leben gehabt, so, für mich war das halt richtig, also, so, ich dachte, ich hab kein Leben mehr, so, ne, es ist einfach überhaupt nicht mehr cool, so, ne, und dann habe ich halt selbst entschieden, okay, ich brech das ab und ich setze die Medikamente ab und hab dann auch gemerkt, so, okay, ich muss, äh, nach, nach und nach weniger schlafen, hab, ähm, mehr Antrieb, Sachen zu machen, ja, genau. Ja, es geht ja nicht alles von heute auf morgen, da musst du besser wieder... Genau. Wobei, ich, ich sollte direkt dazu sagen, ähm, dass ich das nicht empfehle, ähm, ähm, was? Ähm, naja, Medikamente abzusetzen, weil es halt gefährlich ist, vor allem, vor allem, das sofort zu machen, ähm, ich hab nur in dieser Situation einfach keinen anderen Weg gesehen und es hat tatsächlich auch dazu geführt, dass ich ein Jahr später wieder in der Klinik gewesen bin, ähm, muss aber auch sagen, ich kritisiere sehr, weil, weil wir haben damals versucht, dass ich ein anderes Medikament oder andere Medikamente ausprobieren kann, worauf nicht eingelangen wurde von, von, äh, Seiten der Klinik und, ähm, würde ich sagen, war deren Fehler, ähm, ähm, deswegen hab ich halt diesen Schritt gemacht und bin dann wieder in der, im Krankenhaus gelandet, quasi, ne, und das war halt, deswegen, also ich würde das nicht empfehlen, das zu machen, ich hab halt in dem Moment einfach keinen anderen Weg gesehen, ne. Also ein Jahr später warst du dann nochmal in der Klinik? Ähm, nee, ich würde sagen anderthalb. Also quasi, ich hab ja vier, fünf Monate die Medikamente genommen, abgesetzt und dann ein Jahr von da an, quasi, wo ich dann ohne Medikamente war, genau. Wie bist du dann da an die Klinik gekommen? War das, kam das von dir selbst oder hat dich wieder jemand dazu gebracht? Ne, da wurde ich tatsächlich von zu Hause abgeholt. Ah. Aber da war ich halt auch nicht, ähm, da war ich weniger, ähm, sag ich mal, nach außen hin, also ich wäre nicht gewalttätig geworden oder so. Also die standen plötzlich, das war, ich weiß bis heute, also ich vermute einfach, meine Eltern haben, haben, äh, die Polizei gerufen und dann standen die in meinem Zimmer und ich hab auch erst so gedacht, okay, was ist jetzt los? Mhm. Und dann hab ich die einfach nur gefragt, ja, okay, kann ich, bevor wir losfahren, noch eine rauchen? Haben die gesagt, alles klar, kein Problem. Noch unten vor der Tür gestanden, eine geraucht, zu dem, zu dem, äh, Wagen, quasi Krankenwagen gegangen, ähm, reingesetzt, so, also auch ohne Gegenwehr quasi. Und wenn die halt merken, okay, da kommt, da kommt von dem nichts, so, dass wir denken, da ist eine Gefahr, so, dann, ja, dann ist das auch okay, so, ne? Und dann, äh, wo ich dann halt in der Klinik war, hab ich da auch direkt am ersten Tag gesagt, ja, okay, ich nehm die Medikamente, so, ne? Das heißt, das war auf jeden Fall ein deutlich seichterer Verlauf, ne? Wie lange warst du diesmal dort? Äh, deutlich länger, aber dafür nur, ich glaube, zwei, ich glaube nur zwei Wochen auf der geschlossenen und danach halt, äh, lange auf der offenen, äh, äh, Station, aber auch dann freiwillig, quasi, weil ich gesagt habe, okay, eigentlich geht's mir hier ganz gut, so, ne? Wie war das dann beim zweiten Mal für dich, wenn du sagst, dir ging's da ganz gut? Was war der Unterschied zu vorher? Ähm, naja, ich hab... War das dieselbe Klinik? Es war dieselbe Klinik, aber es war vor allem auch ein anderes Medikament. Das heißt, das hat mich nicht ganz so weggehauen. Und ich hab, ähm, quasi, da verschiedene Aktivitäten gemacht. Also ich hab, ich hab irgendwie eine Ergotherapie mitgemacht, ich hab so eine Arbeitstherapie gemacht. Ähm, da war so eine Gruppe für, ich sag mal, Jugendliche oder, oder junge Erwachsene, wo mit denen geredet wurde. Und, also für mich war das eine ganz gute Therapie, so, man durfte halt auch immer raus, und, also, ich sag mal, bis 10 Uhr abends oder so, ne? Und dann, ähm, konnte man, ähm, ich konnte einkaufen, was ich wollte, an Essen. Und ich bin dann immer in so ein Internetcafé, hab mir irgendwelche YouTube-Videos von da aus angeguckt, ne? Aber, ja, das war so ein bisschen mein Leben damals, ne? Und damit war ich ganz zufrieden, ne? Ich weiß auch nicht, warum, ne? Bist du dann zum Schluss freiwillig raus, oder musstest du raus? Ähm, boah, das weiß ich gar nicht mehr. Also klar hätten die auch irgendwann gesagt, ja, hier ist nicht Hotel, ne? Ja. Aber ich weiß es gar nicht. Also das war dann irgendwie der Termin, den die angesetzt hatten, glaube ich. Und ich hab dann auch gesagt, ist okay. Ähm, ich wollte zu dem Zeitpunkt nicht zurück zu meinen Eltern eigentlich, weil da auch das Vertrauen weg war. Ähm, und bin dann auch erst mal zu meinen Eltern zurück, aber auch ein paar Monate später dann ausgezogen. Und tatsächlich, ja, genau. Und wie ging es dann weiter? Hast du dann das neue Medikament weitergenommen? Das nehme ich bis heute, ja. Das nimmst du bis heute? Das heißt jetzt fünf Jahre, ein Stück, ja. Und damit fährst du ganz gut? Ähm, ja, ich würde schon sagen. Also ich hatte ein paar Versuche, wo ich die abgesetzt habe. Das war nicht ganz so gut. Ich hab, ähm, die vor kurzem erhöht, weil ich, weil ich, äh, Schlafmangel und krassen Stress hatte. Und Angst hatte, dass ich wieder psychotisch werde. Aber generell fahre ich mit denen ganz gut, ja. Also man hat quasi immer noch ein bisschen Nebenwirkungen. Das heißt, diese Appetitsteigerung, wie ich meinte. Und, ähm, dass man mehr schläft. Das heißt, man muss mal gucken, wie ist das mit Arbeit vereinbar, wie ist das mit, ähm, dem Leben vereinbar. Ich mach jetzt zum Beispiel auch, ich mein, ich war früher sehr sportlich. Da fehlt jetzt auch irgendwo der Antrieb quasi. Ähm, muss man mit zurechtkommen. Ähm, und auch sich selbst auf jeden Fall mehr. Also es fällt nicht mehr alles zu. Das heißt, wenn man irgendwie sagt, so, ja, früher ist man einem was viel leichter gefallen. Ja, gut, dann muss man sich halt vielleicht jetzt in den Arsch treten, weil es halt jetzt anders ist, ne. Also, so würde ich das ungefähr beschreiben, ja. Und könntest du dir vorstellen, irgendwann ganz ohne Medikamente zu leben? Oder würdest du lieber sagen, du nimmst immer ein bisschen, auch wenn es dann irgendwann mal weniger ist? Also der Wunsch ist schon, sie nicht mehr zu nehmen. Ähm, aber da ich es einfach schon öfter versucht habe und es nicht gut geklappt hat, das heißt, dass ich immer, dass es eine sehr, jedes Mal eine sehr stressige Zeit ist. Das heißt, sobald man die Medikamente absetzt, ist das einfach für den Körper und für den Kopf schon ein starker Stress. Und gerade Stress ist wieder förderlich für eine Psychose. Ja, also ich sag mal, gerade dieser Prozess ist sehr empfindlich, ne. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es, dass es eines Tages ohne Medikamente geht. Ähm, dazu muss aber vor allem das Setting stimmen, so. Also, dass man einfach sieht, okay, ich bin einfach settled, ich bin, ich bin safe in dem, was ich mache. Ich habe ein stabiles Umfeld und in dem schaffe ich das halt auch, dann diesen Stress zu bewältigen, wenn ich die Medikamente absetze. Ja. Ja, jetzt haben wir ja eine ganze Menge erfahren. Hast du irgendeinen Tipp für die Zuschauer, wenn sie selber merken, nachdem sie das Video gesehen haben, sie haben vielleicht auch irgendwas in die Richtung, was du ihnen mit auf den Weg geben kannst, möchtest? Also, ich würde tatsächlich keinen Tipp geben in die Richtung, wie ihr das vielleicht erkennt, wenn ihr es das erste Mal habt, weil das ist quasi unmöglich so. Ich kann einen Tipp geben, wenn ihr es schon mal hattet, dass ihr sehr auf euch achtet und auf eure Gedanken achtet, und ob irgendwas komisch ist oder ob es anders ist als vorher, weil das ist oft ein Anzeichen dafür, es könnte sein, ja, dass ihr wieder psychotisch werdet, es ist halt einfach, dass ihr euch bewusst seid, ihr habt diese Krankheit und sie kann immer wiederkommen. Und das andere, den anderen Tipp, den ich euch gebe, ist, dass ihr wirklich genügend Schlaf habt, dass ihr Stress vermeidet, wo es geht, da muss man natürlich gucken, wie ist es mit der Arbeit vereinbar. Und zum anderen, dass ihr nicht generell die Medikamente verweigert, das heißt, dass ihr sie auf jeden Fall in akuten Phasen nehmt und wenn ihr einfach wisst, ihr wart schon drei, viermal in einer Klinik, dass ihr vielleicht auch einfach entscheidet, okay, ich muss jetzt die Medikamente länger nehmen, das wäre auf jeden Fall mein Tipp. Ja. So, damit sind wir auch am Ende von diesem Video angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, vielleicht sehen wir uns irgendwann hier nochmal wieder. Danke, dass ich da sein durfte, Kojak, und ich sage bis zum nächsten Mal. Von mir auch nochmal danke an Dina und Benja hinter der Kamera und dann das ganze Pushit-Team, die das hier für mich machen, damit dieses Interview stattfinden kann. Vielen Dank dafür und schaut doch auch mal bei dem YouTube-Kanal von Pushit-H-Stone vorbei. Genau. Vielleicht ist das hier sogar eingeblendet, ich weiß es gar nicht. Stimmt. Könnte sein. Ja.